es geht gar kein Schaden Warte mal wir müssen noch mal ein Ausdauertrank nehmen damit wir auch wieder stark zuschlagen können haben wir zum Glück immer nie gebraucht hier den ganzen Mist und ich sehe die Gegner gar nicht ich sehe sie einfach nicht ich sehe sie einfach nicht und dann gehen auch schon wieder Ausdauertränke einfach flöten dadurch halt dass sie nichts sehen kann was wird schon irgendwie er kämpft da ganz tapfer er möchte gern Geist so und er stirbt gleich hoffentlich in der Dunkelheit irgendwo auch wenn ich ihn nicht sehen kann und ihr wahrscheinlich schon weil für euch das wahrscheinlich wieder ein bisschen heller ist als für mich wird schon einfach ins Nichts schlagen hier zweifelsfalle immer irgendwo hinschlagen zur Not auf die leuchtenden Augen bäm da geht er down das war jetzt auch nicht der den ich angevisiert hatte jetzt zum den ganz wo liegt denn jetzt hier der König Olaf ähm wo liegt der denn wo liegt der denn ach der lebt noch jetzt aber so du suchen wow der hat ja zwei Gold dabei wow das reißt mich ja jetzt fast vom Hocker so was liegt denn hier schönes auf dem Tisch wenn der andere Typ da noch kämpft ein kleiner Seelenstein und ein Zaubertrank der kräftigen Heilung hey und die anderen kommen jetzt auch mal rein hey hey oh my god oh my god oh my god es ist wieder ein magisches Wort ein Wort der Macht wow raserei yeah ist das jetzt gut das heißt ich kann jetzt schneller sprinten ja wenn ich das denn tatsächlich möchte so und das ist jetzt hier die Schatzkammer na wehe da sind jetzt keine Schätze drin da sind drin 277 Gold das ist gut ne äh die Wartezeit zwischen den zwei Scheiben 45 und 25 oh nehm ich mal mit das kann man bestimmt irgendwie noch gebrauchen das ist extrem teuer zum verkaufen und ich kann noch rennen wow so jetzt aber ne und so weißt du Bescheid ich weiß immer noch nicht bei welchen Typen ich jetzt ne Robo oder sowas verkaufen kann weil das wollen ja nicht immer alle Leute haben was ich ein bisschen schade finde lass das mal okay war gut dass die mir geholfen haben ich hätte es alleine niemals geschafft die mit einem Schlag tot zu kriegen halt weil ich immer daneben schlage aber das wisst ihr ja schon so jetzt aber ab nach draußen hier da was wir jetzt machen weiß ich noch nicht das müssen wir da mal gucken wir kriegen das schon irgendwie gebacken aber dreig ladebildschirm ladebildschirm lade 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 mach hin nicht dass er jetzt abgeschmiert ist Nee, er speichert sogar automatisch Wow Ach, wir sind wieder an der frischen Luft Ist das nicht toll? Mit den schönen Himmeln Dieser Anmutigen Musik Diesen Geräuschen Von schlagenden Drachenflügeln Die ich hier vorhin irgendwo vernommen habe Aber es war wahrscheinlich auch einfach nur wieder irgendwas Ich weiß auch nicht So viele Drachen, die ich schon getötet habe Ah, okay Ich wollte mal ganz kurz gucken Bei den Quatsch Ob wir da jetzt ja noch so schönes alles haben Oder was wir zum Teil auch schon erledigt haben Wir haben extrem viele Quests eigentlich schon gemacht Was ich mal gucken wollte ist Wenn wir jetzt nach Das Falkenring War das Falkenring? Ist das hier unten? Falkenring Ja, doch, wenn wir da hinreisen Ob wir da jetzt ein Grundstück kaufen können Das wäre ja wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt Würde ich mich drüber freuen Wenn wir mal so ein Haus haben, wo wir auch unseren ganzen Krempel Wenn wir nicht verkaufen können, erstmal ablegen können Ja, das wäre super Fragt sich nur, ob sich das auch Erledigen lässt Aber irgendwie schaffen wir es schon Erstmal abwarten und Tee trinken Aber jetzt ein Kakao Aber ich habe gerade kein Kakao hier Also, muss das warten bis zur Nacht der Aufnahme Was ist das eigentlich für ein komisches Monstren? Ein Drachenpriester ist das? Aha Der ist cool Der gefällt mir So, Ladebildschirm mach mal hier ne Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr jetzt da einfach nur einen schwarzen Bildschirm habt Oder sowas Weil für mich ist da eigentlich nur Standbild So im Ladebildschirm Deswegen, es kann auch sein, dass ich später mal alles ein bisschen Äh Vom Ton her asymmetrisch dann alles Asynchron, nicht asymmetrisch Asynchron Sich verhält, weil ich jetzt nicht weiß, inwieweit sich hier alles verhält Deswegen verzeiht, falls es passieren sollte Aber ich habe hier gerade immer noch Stampel Yeah, es lädt, es lädt, es lädt Und? Yeah, automatisch gespeichert Wir sind in Falkenring und es leckt wegen dem Regen Ja, ja So, dann fragen wir doch mal Ja, ja Dummich Ähm Wo geht's denn hier zum Jarl? Ist das hier? Jarls Longhouse Yay Das ist doch sogar fast richtig So, ich wollte doch jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier Falls wir das schon können Ein Grundstück erwerben können Da fragen wir doch am besten die Person selbst Hey Ja, was wollt ihr? Erschwört euch? Nein, das ist nicht der von dem ich Besuch mich doch mal wieder Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch Ich glaube ja nicht So, äh, gut Hier gibt's nichts weiter Lass mich mal da raus Ja, und du solltest mich aus dem Weg lassen Was ist mit dir hier? Kannst du mir was verkaufen? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegen Aber was ich halt gerade versuche ist Wir haben ja Das Hertzfeuer Add-On Und, ähm Das beginnt quasi Wenn man ein paar Aufgaben für den Jarl vom Falkenring erledigt hat Nachdem man so einen Brief von Kurier bekommen hat und sowas Das haben wir eigentlich alles schon gemacht Jetzt ist halt nur die Frage Wo kann ich jetzt ein Grundstück kaufen Damit ich mir mein eigenes Haus quasi bauen kann Ich weiß es nicht Ich möchte keinen Plan Falls es überhaupt das ist, was ich machen muss Ich weiß nicht Oder ob ich jetzt noch irgendeine andere Aufgabe zu erledigen habe Ich weiß es nicht Ich bin echt manchmal überfragt Wenn ihr dazu mehr wisst, dann könntest ihr in die Kommentare schreiben Weil dann wollte ich mir nämlich so ein Horst So mitten im Wald von Falkenring Oder in der Nähe davon Irgendwo einrichten Und dann mal gucken Wie das Ganze aufgebaut ist Ich weiß nicht, dass ihr diese widerlichen Hexen zur Strecke gebracht habt Nee Gut gemacht Da will ich gar nicht hin Was haben wir hier? Falken 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 Baden Baden Akademie Fragen die Anführer der Gefährten Nach Arbeit Nee Nein wir gehen einfach zu baden akademie und da wurde mir gesagt es lohnt sich wenn ich jeden typen anspräche weil fast jeder typ da hat irgendwie eine tolle quest für mich die auch noch viel erfahrungsmonte bringen was ja immer nicht verkehrt ist aber wird schon einmal wieder hinlaufen durch den regen durch das kühle nass was geht denn jetzt bei euch ab jetzt haben wir wieder diese scheiß vampir was hat er denn dabei 15 gold vampir staub was gold für einen veteran übrigen hier hast du ein goldstecker und ich jammer nicht mehr mögen die göttlichen euer gütiges herz segen ich lasse dich auch allein ich will hier nur einmal kurz der amethyst mitnehmen der anderen auch ja gut das war's oh gott kitty hara du bist so versaut oh gott wo habe ich mir die nur wieder angefangen hier also ehrlich ne 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 also das die muss noch ein bisschen was lernen ich kann dir viel beibringen haha nein ähm ernsthaft das ist sowas von nicht jugendfrei das geht nicht so auf in die baden akademie yay so ähm ladebildschirm mach nicht schlapp mach nicht schlapp das machst du gut ja sehr schön ah ja ildi wo ist der ildi jetzt jetzt steht es auf einmal vor mir aha warum denn nur ich weiß auch nicht so da haben wir erstmal den typen wo wir die quest abgeben können ich habe könig olafs fers gefunden ich muss zugeben dass ich nicht daran geglaubt hätte dass er tatsächlich dort sein würde sehen wir uns das einmal an oh oh nein das wird nicht genügen oh nein das exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist ist mir auch aufgefallen und die teile die lesbar sind nun seit damals hat sich die baden kunst auch sehr verbessert und das bedeutet nun ich muss in einen anderen dungeon ja es bedeutet dass ich ihn nicht bei hof vortragen kann ohne den vers kann ich elisif nicht davon überzeugen wie wichtig das fest der verbrennung von könig olaf ist wenn sie von der bedeutung des festes nicht überzeugt ist wird sie ihr verbot das bildnis zu verbrennen nicht noch einmal überdenken es bedeutet dass die verbrennung von könig olaf die die baden akademie schon seit urzeiten abhält nicht stattfinden wird äh können wir nicht einfach die fehlenden teile des ferses erfinden dazu dichten das kommt mir nicht richtig vor ich nehme an ich könnte seinen stil anhand dessen was ihr mir gebracht habt wohl kopieren aber ich habe keine ahnung was zwischen diesen versen kam äh bestimmt kekse das können wir tun wie lautet der erste vers oh olaf unser unterdrücker einäugiger verräter todbringender dämon und drachentöter könig eure legende ist lüge reißerisch und falsch euer schlauer sieg über numinex ein jahrhundert schwindel könig olaf war olaf ein auge er ist berühmt dafür dass er den drachen numinex gefangen nach drachenfeste gebracht hat was sagen wir was wirklich geschehen ist äh olaf hat ihn schlafen gefunden olaf hat eine abmachung mit numinex olaf war numinex ein drache in menschengestalt das finde ich sehr unwahrscheinlich aber der hof wird es lieben ich schreibe es hinein ok und nun olaf griff nach der macht mit versprechen und drohungen von falkenring nach winterfeste fielen sie auf die knie doch einsamkeit widerstand himmelsrands treueste wächter olafs rache kam schnell listig und gemein seltsam die geschichte besagt dass einsamkeit winterfeste angegriffen hat aber es geier scheint zu sagen dass olaf reagierte was sollen wir sagen was geschehen ist äh olaf befahl getranken soldaten anzugreifen nein er hat einsamkeit überredet winterfeste nein olaf hat es den drachen in gestalt angegriffen oh das ist spannend ich bin sicher dass das dem hof und der jahr gefallen wird ich schreibe es hinein äh war es das er hat ein paar endzeilen aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen ich muss zum hof gehen und es vortragen ihr solltet mitkommen na toll ich soll mitkommen ja na gut aber bevor ich da mitkomme und äh das mit ihm da irgendwie auf dem hof vortragen und so weiter würde ich sagen ich mache mal wieder eine kleine aufnahmepause setze mich hier jetzt mal hin noch nicht setze mich hier hin an den stuhl anders machen wir licht der kerze und ähm naja dann würde ich sagen mache ich hier eine kleine aufnahmepause und wir sehen uns dann nächste woche in der nächsten folge bis dahin viel spaß und so weiter und so fort und bis denne weiter und so 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 weiter und Vielen Dank.